Ja, heyo Leute, da ist wieder der gute Matze und ja, wie man sehen kann, ich bin mit dem Bus hierher gekommen und ich muss ehrlich sagen, das ist die Rätselbladermaschine, also wow. Das sieht man dem Teil nicht an, aber das Teil musste nur ein paar Fahrzeuge vor mir nur ein bisschen drauf und schon sind die explodiert, das ist unglaublich gewesen, also da finde ich es wirklich schon schade, dass ich das auch springt gemacht habe, aber ich glaube mit dem Ding mache ich nochmal eine Spritztour irgendwann und zeichne das auf, also wow. Okay, dann schauen wir mal, was die Bruderschaft wieder so will. Sondern wir sagen, was wir von denen wollen. Oh shit, you haven't seen me since your boss shot and stuffed me in the trunk of a car and the best you can give me is oh shit? You're supposed to be dead. That'll work, now walk to the car. How'd you know I'd be here? You're predictable. What do you want with me? You're gonna do some pro bono mechanic work. What do you mean pro bono work? I'm through answering questions, now get in the car. Yeah, wir sind wie immer die Freundlichkeit in person. You work on Brotherhood Trucks, right? Yeah. Good. And you'll know how to take them apart. You rigging enough Brotherhood Trucks to go boom and I won't kill you. Dann sagen wir dafür, dass mir die Monstertrucks den Mund zu ziehen sind. Vielleicht sollte ich erst mal lernen, wie man normal fährt. when we come talk to another or spend a lot of hours. well.... ... mejorar... و Laurier.... ... Ich muss mit Deutschland gesperrt, also... Ja, nicht nur mit der Musik hier, aber ich muss mit dem Bart, also... Nicht schon schade. Okay. Was ist mal los? Ja, dort über den Plan zu bohren. Okay. Mach hinne! Du kleiner Pferdegesicht. Ja, scheiß egal sein, also... Mach hinne! Oha! Oh! 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 Ah! Okay! Abbau! Das explodiert, du Arsch! Okay. Ich hatte vor Ort das Auto mitgebracht. Drive Donnie to the next one! Ey! Geblieben! Viel Dank! Wir sind ein tolles Kucki-Kuck! Ach, darf jetzt aufdrehen! Wir können mich alle mal! Ich bin Deutscher! Ich darf ja... ...wil durch jeden Fall wie ich will! Oh Mann! Es sind Jahre, seit ich in den Rollern war. Kannst du es nicht gehen lassen? Äh... Ich kann mich nicht gehen lassen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wegen dir einen Mann geklaut habe. Ja! 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 Ich bin ein tolles Kucki! Ich bin ein tolles Kucki-Kuck! Du wirst nicht wissen, was du machst. Das Start-B-B-B-B-B-B-B-H-D-H-D-H-D-H-D-H-D-H-D-H-D-H! Weil ich mich angepistet habe! Der pisst mich an! Ach... Kannst ihm eine schöne Größe schicken! Danke! Okay! Auf zum Truck! Und sie dreht 6 Plus! Alles klar! Auf zum letzten Truck! Natürlich brauchen wir erstmal wieder eine neue Karre! Ach... Ach das ist aber nett! Vielen Dank! Uhhh... Sammet! Komm. Schrecke. Ähm, okay. Warum ist der Solarmarsch? Die Leute. Ach, da ist er. Oh, hey, ein nettes Outfit. Das war's. Nein, du kannst noch nicht gehen. Please don't kill me. Das wird sich zeigen. Sehe ich jetzt echt wie ein Mafiosi aus, oder das sehe ich nicht wie ein Mafiosi aus? Ach, jetzt bist du fertig. Okay. Na dann. Back here. Shit, the detonator's not working and I can't fix it. We just gotta wait until the timer goes off. Woah. Ow. Ow. Ehm. Was denn jetzt falsch gelaufen hat, so. Na ja. Mission start, ach nee. Okay, das nervt. Was denn sonst? Und du. Was denn? Was denn sonst? Ich bin nicht mehr als Böhm. Ich werde mich nicht mehr als Böhm. Und ich werde dich nicht mehr als Böhm. Das ist ja. Das ist ja. Ich bin nicht mehr als Böhm. Ich bin nicht mehr als Böhm. Hallo, ich bin Mary Ellen Pinkenwetter, Kapitän der Rollerskeeders. Wir haben vier Verteidigungen gegen unsere Rivalen, Freedom City. Also, lass mich einfach an alle, um rauszukommen, und uns beobachten die Beaver. Komm, zeig dir deine Unterstützung für die Frau Rollerskeeders. Ich weiß, dass du dich überrascht bist, Lynn. Ich bin auch. Aber ich habe nichts zu tun, dass du sie tönt. Aber wir wissen eine Sache, du hast ihn. Du hörst mich an A2FM. Ich bin ein Wohls. Der wird mich für das töten. Ich bin ein Wohls. Kann ich jetzt gehen? Ha, das war ein guter Schuss. Okay, dann. Oh, jetzt legt das hier so sch... Äh, vielen Dank für den... ...Hepa-Batter-Satz. Wow... Ich hab' mal ein Blitzes, aber schon kann sein Glück zu werden. Dann geh' yo ass down to Blingling, and you'll look dope in no time. Maybe you want to buy something nice for your hoe. After a visit to Blingling, she'll be the envy of every bitch in the hood. At Blingling, we have fat jewelry for any occasion. Let her cold shone at home with the 40 and a blunt, or busting caps in people's asses for not stepping off. It's been years since I was in the rollers. Can't you let it go? Who knew looking dope could be as easy as strapping on a jimmy and nailing a bitch. Blingling. He's disproved evil. It's so easy to shoot. Big Bang Theory people, look it up. He's tackling racism. Black, white, whatever. Wow. Na, aufstehen, young'e, aufstehen. Und los Doddy. Nach hinten. Manchmeier. Manchmeier. Oh. I will see if I may kill you or not. I will see if I may kill you or not. You don't know what you're doing. Starting shit with your brotherhood is gonna get you killed. Okay. By the way you can see a piece of paper. One is ready. The next one is ready. The next one. I believe this time I should also... ...have a sword with one hand, because I believe this was the problem. That was the problem. Oh. So, guten Tag. Wir sind bald noch fertig. Na, geht doch. Dann lass uns mal verschwinden. Ach, das ist aber lieb von euch. Ach, schade. Äh, hätte er klappen können. Los, steig ein, Blotty. Wir hauen jetzt den letzten Mann auf. Hoffentlich gut. Why not make it, but I hate this crime, please. I never did anything to you. All I ever did was fix cars. What it's like to be sent free to you. Help me as I'm starting to burn. Too many doses and I'm starting to get in attraction. My confidence is leaving me. Oh, oh. Das ist, hauptsteig, hauptsteig. Da wirst du nicht steig ein. Was ist denn da? Mann, lass mich hier füllen. Okay, Donnie, diesmal so klein. Diesmal sollte dann Sprengung. Böller, da mal ein bisschen, pah, besser funktionieren, bis hinzumachen. Ja. Na dann. Okay, komm, fuck fernbleiben. Ach, das war mein Problem. Och, na klar, jetzt bin ich wieder noch hin. Oh yeah. Mist. Okay, jetzt weiß ich, was mein Problem war. Alles klar, alles klar. Okay, ich mach das auch, Scream. Also, bis gleich.